Hallo ihr Lieben, die Weihnachts sind vor der Tür und langsam machen wir die Gedanken über die Weihnachtsdekoration. Es ist schön, wenn wir unsere Weihnachtsdekoration selber basteln können. Heute möchte ich mit euch die Tannenbäume und die Tiere zusammen basteln. Zuerst brauchen wir das Bastelset von Lint. Zweit brauchen wir die Schere und dritt brauchen wir Doppelklebeband. Nun fangen wir mit dem Bastelset von Lint. Wir sehen hier auch die Anleitung. Da können wir auch anhand dieser Anleitung basteln. Damit unser Rentier stehen kann, müssen wir nun von unten die Beine an den Körper stecken. Hierbei müssen wir beachten, dass wir das längere Paar Beine vorne hineinstecken. Für die Rentiere müssen wir das Geweih mit dem Kopfstuck verbinden. Dieses können wir einfach von oben in die vorgesehenen Gerben stecken. Das Ganze machen wir dann zweimal. Dann sind unsere Rentiere fertig. Nun können wir mit beigepackten Stirnen die Rentiere noch verschönen. Die Weihnachtsbäume sind sehr einfach zusammenzubauen. Hierbei müssen wir nur die zwei hohen Elemente miteinander verhaken und anschließend den grünen Finns auf die einzelne Seite kleben. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik So entsteht eine einfache, aber schöne Weihnachtsdekoration. Wir sind nun fertig mit dem Basteln. Ich will euch viel Spaß bei selber machen. Eure Weihnachtsdekoration. Musik 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 Musik